King Klopp for the Cop. Die englischen Medien sind sicher, dass Jürgen Klopp am Freitag als neuer Trainer des FC Liverpool vorgestellt wird. Angeblich soll der 48-Jährige für drei Jahre bei den Reds unterschreiben. Viele Experten sehen Klopp als beste Besetzung für den Trainerstuhl an der Anfield Road. Liverpool ist ein emotionaler Klopp und Jürgen Klopp ist ein emotionaler Trainer. Von dieser Seite wäre es, glaube ich, die perfekte Ehe. Die englischen Gazetten feiern Klopp schon jetzt als Retter. Erste Gespräche sollen bereits vergangenen Sonntag nach der Entlassung von Brandon Rogers stattgefunden haben. Klopps Ex-Schützling Mats Hummels traut ihm zu, den FC Liverpool wieder auf die Siegerstraße zu bringen. Meine Meinung ist ein großartiger Trainer. Ich glaube, dass man sich auch, wenn man so nachgedacht hat, was könnte er machen nach Borussia Dortmund, wahrscheinlich auch den Verein, der jetzt gerade im Thema ist, sehr gut vorstellen konnte für ihn. Ich verfolge das natürlich auch mit einem großen Interesse und einer großen Spannung, was er als nächstes macht und auch, wie das Ganze dann laufen wird. Und drücke ihm, denke ich, selbstverständlich die Daumen, dass es am besten genauso, aber vielleicht mindestens ähnlich erfolgreich wird, wie es bei uns in Dortmund der Fall war. Ob Klopp tatsächlich sein Sabbatjahr frühzeitig beendet und Trainer des FC Liverpool wird, wenn es nach den englischen Medien geht, gibt es darüber keine Diskussion mehr. Untertitelung des ZDF für funk, 2017